David, wir freuen uns, dass wir dich heute hier sehen. Es war ja auch angekündigt. Erste Frage, wir haben ja auf Facebook gesehen, da gab es ein Foto von einem Salto von dir, von dem letzten oder vorletzten Kampf hier. Dann hieß es, ab 50 Likes musst du heute noch mal einen Salto machen. Was wären gewesen, wenn du theoretisch heute verloren hättest? Hättest du ihn auch machen müssen, oder wie wir wissen das? Also ne, theoretisch stand ja dabei, also im Falle von einem Sieg, dass da nur ein Salto drin ist. Also da war kein Druck da.